Wie Deine Gesichtsmimik die Stimme verändert Augenbrauen hochziehen Verstärkt zum Beispiel eine fragende oder nachdenkliche Aussprache Augen verdrehen Verstärkt zum Beispiel eine genervte oder leidenschaftliche Aussprache Augen zusammenkneifen Verstärkt zum Beispiel eine böse oder missverständliche Aussprache Naserümpfen Verstärkt zum Beispiel eine angewiderte Aussprache Auch hier gibt es natürlich noch deutlich mehr Einen guten Überblick geben Dir, wie bereits erwähnt, Bücher über Körpersprachen Schaue jetzt in die Videobeschreibung und Kommentare Dort findest Du hilfreiche Links zu diesem Kapitel